Ich heiße Bianca. Hey, Karl! Bianca, wacht auf! Wir müssen los! Heute ist Neujahr! Ja! Wir müssen die Pampers anziehen. Gut! Pampers! Mit Schildkröten! Das sind grüne Schildkröten! Ui, Schildkröten wie ich! Lass uns mal zählen! Eins, zwei, drei! Pampers! Pampers mit Sternen! Danke! Mua, mua, mua! Und jetzt Zähne putzen! Zahnbürste! Ich putze mir die Zähne! Runter, runter, runter! Hoch, hoch, hoch! Ich putze die Zähne am besten! Das ist meine Nase! Das ist mein Mund! Da sind die Zähne! Hihi! Danke, Karl! Hihi! Hihi! Ich bin sauber! Die Zähne scheinen! Ja, Karl hat sie mir geputzt! Scheinen wie Schneeflöckchen! Ich heiße Bianca! Los geht's! Anschnallen! Anschnallen! Inte eins! Gäube! Ich hab dazu gehört! Unschöber! Wie weit ist es noch? Nicht mehr weit. Tannenbaum, wir sind da. Eine rote Kugel. Danke, Karl. Nikolaus, lass uns Geschenke aussuchen. Wir nehmen uns das größte Geschenk. Das hier? Ja, Karl, hilf uns, das größte rote Geschenk rauszuziehen. Zieh, zieh. Zieh. Schubs. Auspacken. Auspacken. Oh, wow, hallo. Wer ist denn da gekommen? Was habt ihr unterm Weihnachtsbaum gefunden? Oh, wow. Was ist das? Was ist das? Schau mal, was auf dem Bild da ist. Es ist... Es ist... Oh, ein Kran. Ein Auto. Und eine Straße. Ein Bulldozer. Und außerdem ein Traktor. ein Betonmischer. Und ein Lastwagen. Lass uns spielen. Ich baue den Kran. Das ist der Kran. Das ist die Kabine, in der der Kranfahrer sitzt. Er hat hier das Sagen. Wow. Karl, schau mal, ich werfe ihn an. Das ist die Plattform, wo die Gewichte draufkommen. Der Bulldozer kommt auf die Plattform. Karl hebt die Plattform hoch. Dreh. Selber. Der Lastwagen will auch. Und wieder runter. Wer ist jetzt dran? Ich. Der Lastwagen. Ich hebe ihn. Heb an. Komm hoch. Los. Wow. Lass ihn wieder runter. Lastwagen. Lastwagen. Jetzt ist der Betonmischer dran. Aha. Wer hebt ihn hoch? Karl. Karl. Karl, heb ihn. Ich will auch fahren. Nikolas, du bist zu groß. Aber ich will auch ein Geschenk. Lass uns ein Geschenk für Nikolas und am Weihnachtsbaum suchen. Okay. Ist das für Nikolas? Ist das für Nikolas? Ich weiß nicht. Da steht was drauf? Für Nikolas? Lass mal schauen. Nein, da steht nichts. Leg es zurück. Aber hier steht... Nikolas. Nikolas. Lass es uns aufmachen. Okay. Ich habe Geschenke für Nikolas gebracht. Wow. Lass es uns draußen auspacken. Lass uns die Schleife abnehmen. Lass uns die Schleife abnehmen. Ein Haus. Ist es schön? Was ist da? Was ist in der Tüte? Ist es schön? Sehr schön. Was ist das? Faden? Denk ich nicht. Das ist eine Jacke. Eine Jacke. Wow. Ich kann jetzt spazieren gehen. Und ein Kostüm. Und eine Weste. Wow. Was sollen wir anziehen? Ich weiß nicht. Das hier. Okay. Nikolas, zieh das T-Shirt aus. Gut. Oh, der Kopf passt nicht durch. Ah, Schleife gefangen. Ich halte sie fest. Gut, und ich gehe das Kostüm anprobieren. Zweites Bein. Und der Arm. Nope. Jetzt hat Nikolas Kleidung und ein Haus. Nikolas, komm ins Haus. Haus. Haus, Haus. Das Haus verzieren wir noch. Heute ist schließlich Neujahr. Nikolas, lass uns schlafen gehen. Gut. Ich will auch. Schlafen. Genau. Die Türen schließen wir. Und die Fenster. Hopp. Gute Nacht. Du kannst auch deine Spielsachen schlafen legen und dein kleines Haus mit Girlanden verzieren. Frohes Neujahr. Frohes Neujahr. Wie noch einviatyet. woah. oned. Und, ihr für vivid alles. einde in dein Hintergrund.